Naja, hier ist aber nirgends n' Look oder n' Ausrufezeichen oder n' Questgeber. Naja, dann muss ich anscheinend zurück. Ja, n' P-Switch. Was ist das? Wie geht der schon los? Help me! Praktischer Zauber. Ja, sick. Awww. Ich schau auf diese Mühle, oder? Ja. Ich mein' bei den ganzen Catcher-Bissimum-Dick. Ah, das sind nur so Spiele, wo's Blutstapfer gibt. Das ist so richtig cool. Ah, jetzt bin ich aber schnell. Ah, Ectoplasma ist so geil. Mach mich direkt horny, du. Ich speichere auch lieber mal nochmal. Das war schonmal Test-Safe letztes Mal. Ich weiß, wie ich aufnehmen muss. Gibt's dir gut? Okay. So wie der ausschaut, naja. Sieiii... Hat die gerade gesagt sie? Ja. Ich schau jetzt mal, wie ihr die hier seid. Das ist nämlich der Raum ihrer Mutter. Woher ich das weiß. Das sieht man. Ich hab ja gesagt, die ist bei der Geburt gestorben, ne? Sieht aus wie ein Mist. Das hat fett geschissen. Keine Haare. So, wir sind dran. Das ist liebe Mutter. Nimm die Shisha währenddessen. Ja. Es ist wie bei... Ja. 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 Okay. Jetzt... Das erinnert mich irgendwie. Und ihr Mann in der Bibliothek. Volle Möhre an Phantasmagoria. Nein. Wieso Phantasmagoria? Ihr Wächshaus, Bernd verhält sich komisch. Ach Gott, das ist im ersten Teil, ne? Ja. Ich glaube, das funktioniert auch mal aus, wenn es praktisch wird. Bei mir war Arbeit ganz praktisch. Abann! Stirb! Sehr schön. AHHH! Willkommen, die Vierplatte. Kommt grann. Guck nix. Okay. Das war's für heute. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war das? Das war's für heute. Ich bin ein schmerziger Arnie. Du wirst nicht wissen, Jack. Shit. Ich hab ne Schlüssel. Boah, wozu braucht man eigentlich Schlüssel? Oh, das war jetzt der Scheiss hier. Das war's für heute. Ja. Ich glaub, das hätte ich vermeiden können. Oh, ich hab drei Health. Sehr schön. So. Quikki! Quikki! Jetzt komm ich für mich in die Bautique. Stock! Das ist jetzt das Nächstes rein. Aber die Tür vorhin zugefallen ist. Ich glaub, das war... Verlagen mitpacken, ne? Das ist jetzt die Küche hier. Ähm... Oder die Kirche. Oder die Chapel, die Kapelle. Oh, das wird scheiße. Da fliegt später, glaub ich, das ganze Gesteck auf mich. Poltergeist. Ja. Sozusagen. Pfff. Won't budge. It won't budge. Das ist von Amnesia. Schau, was muss ich jetzt hier machen? Jammed. Jammed. Geht's nicht weiter. Ich find's lustig, wenn die ganzen Leute einfach nur rumstehen. Naja, das sind halt Gegner. Ja. Naja, damals war sowas. Also, bei solchen Spielen normal. Bleib bestimmt noch zum Essen. Das ist später auch noch runter. Oh. Habers. Ja. Rotzefix. Was ist das, ein Wäschelift? Ähm... Steck's fast? Komm schon fast nicht. Wenn's Experience gäbe, wär's wie so viel. Wie so'n Glücksspiel, ne? Oh, jetzt dachte ich schon. Bitte schön. Danke schön. Ist das die Tür zu den Garten? Ja, es ist. Aber ich habe nicht die Gehe. Ich lege es zu der Maid. Ich glaube, sie ist in Herr Keisinger's room, heute. Es liegt in der EAST WING OF THE HOUSE. Ich lege das in der EAST WING OF THE HOUSE. Ich lege das im EAST WING OF THE HOUSE. Ich lege das in der Nähe. Und ich lege das in der EAST WING OF THE HOUSE. Ich hege das in der EAST WING OF THE HOUSE.